Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere FIFA Talk Episode für euch vorbereitet. Das heißt, wir reden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18, was hat sich in den letzten Tagen so getan und was sind einfach die interessantesten Dinge im Moment. Insgesamt habe ich da für euch 5 Themen rausgesucht, aber bevor wir damit starten, Leute, checkt gerne noch mein Instagram ab, FIFA Allstars Underline David, würde mich sehr sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und jetzt beginnen wir auch direkt schon mit dem ersten Thema und zwar geht es dabei um doppelte Spieler, die man nicht abstoßen muss. Und zwar gibt es einen Glitch bzw. einfach eine Möglichkeit, um doppelte Spieler nicht abstoßen zu müssen, sondern sie direkt für SPCs verwenden zu können. Also das ist wirklich sehr sehr krass, das Ganze gab es in FIFA 17 schon, dazu habe ich euch ein Video verlinkt, dort wird es auch 1 zu 1 erklärt, also dort könnt ihr euch das gerne mal anschauen und dann wird eben erklärt, wie das Ganze gemacht wird. Falls ihr es eben nachmachen wollt, ich selbst hatte nämlich mal Mustafi Inform vor kurzem im Stream gezogen und zwar als Duplikat. Ich hatte den beide Male untradeable und den zweiten Mustafi 87er habe ich dann einfach abgestoßen, weil ich mir gedacht habe, jo, den habe ich doppelt, beide sind untauschbar, ich kann ja eh nichts mit dem machen. Kurz darauf ist der Chat komplett eskaliert, jo, du kannst den doch für SPCs anwenden, du Vollkoffer, was tust du? Und ja, daraufhin habe ich das dann eben ein bisschen recherchiert und nachgeschaut im Internet, wie das eben funktionieren sollte und dann habe ich eben dieses Video gefunden, wo das erklärt wird. Deswegen Leute, falls ihr doppelte Spieler habt, zum Beispiel jetzt irgendwie den guten Spieler, wie zum Beispiel Messi oder so, falls ihr den doppelt habt, dann wendet den auf jeden Fall für SPCs an, ihr könnt den dann direkt verwenden, zum Beispiel jetzt, wenn eine 84 plus SPC da ist, dann bringt so ein Lionel Messi mit einem 93er Rating dann doch ein bisschen was, genauso wie ein 87er Inform. Das sind so Karten, die kann man echt gut verwenden und dadurch wird die Squad Billing Challenge dann eben auch um einiges günstiger. Deswegen würde ich euch raten, checkt das Video auf jeden Fall mal ab und wenn ihr doppelte Spieler habt, dann solltet ihr die auf jeden Fall nicht abstoßen, sondern eben für SPCs anwenden. So, beim zweiten Thema geht es darum, dass FIFA vielleicht nur noch alle vier Jahre verfügbar sein wird. Okay, das hört sich jetzt erstmal ziemlich komisch an, ist es aber eigentlich gar nicht, denn es könnte sein, dass es demnächst so sein wird, dass du halt irgendwie nur eine Disc hast für die nächsten vier Jahre. Das heißt aber nicht, dass du nur 70 Euro pro vier Jahre zahlen musst und dass das Spiel dann nicht aktuell ist nach drei, vier Jahren, sondern das ist glaube ich so gedacht, dass du ein Spiel halt hast, also das normale FIFA dann, und dann wird in FIFA so ein Update eingebaut. Also, dass zum Beispiel jedes Jahr dann ein Update kommt für das neue FIFA eben. Zum Beispiel holst du dir ein FIFA für FIFA 19 bis FIFA 22 oder so und wenn du dann irgendwie FIFA 19 spielen willst, dann musst du dir ein Update kaufen. Wenn du dann FIFA 20 spielen willst, musst du dir ein Update kaufen. Also, du hast diese Disc, gehst dann rein und dann kommt zur neuen Saison, also wenn FIFA 20 zum Beispiel rauskommen würde, kommt dann eben eine Meldung, yo, willst du das Ganze updaten, kostet dir 70 Euro, dafür hast du dann statt FIFA 19 FIFA 20 auf dieser Disc oder halt auf deiner PS4 halt. Und so ist das Ganze, denke ich mal, gedacht. Ob das wirklich so umgesetzt wird, ist fraglich. Ich habe euch dazu auf jeden Fall einen Artikel verlinkt, aber da gab es echt viele Meldungen, so, oh, alle vier Jahre nur noch FIFA, what the fuck. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, es ist eigentlich genauso wie jetzt, nur digitaler als eben jetzt. Ja, das war das zweite Thema und jetzt sind wir auch schon beim dritten Thema angelangt. Und hierbei geht es um FIFA 18 Störungen. Ja, damit ist gemeint, welche Probleme wann und wo auftreten. Dazu habe ich eben auch eine Website hier gefunden, habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Das fand ich einfach nur verdammt interessant, denn da sieht man auf jeden Fall ein paar interessante Infos. Aber was dann wirklich cool ist, ist das hier, zum Beispiel, wo hast du Probleme? Ja, in der App haben 4% Probleme, in Be a Pro gar niemand, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute interessiert. Beim Login 35%, bei Ultimate Team 58%, ist natürlich logisch, weil es der meistgenutzteste, nutzteste, alles klar, der meistgenutzte Spielmodus in FIFA 18 ist und dann noch bei Seasons 4% und bei der Website keine Probleme sozusagen. Und da gibt es dann eben auch noch hier so eine Karte, wo man sieht, wo die meisten Störungen auftreten. Und das ist eben sau interessant, das könnte sich schon geändert haben, denn ich habe vor ein paar Tagen reingeschaut und da war hier alles ziemlich rot und ziemlich, ja, ziemlich fehlerhaft, könnte man sagen. Und jetzt ist es gerade hier in Berlin so, ja, also da sind sozusagen die Meldungen zu FIFA 18 am Start. Also wo es gerade Probleme gibt und wo gerade irgendwie, ja, was anfällt, beziehungsweise wo Leute einfach Probleme melden. Zum Beispiel jetzt hier in Baden-Württemberg ein paar Leute und aber zum Beispiel hier oben gar niemand. Ja, also das ist eine interessante Karte, da wird das Ganze hier aufgezeichnet, wo, wann, wie, was gemeldet wird. Und das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal in die Beschreibung packen, weil ich es dann doch irgendwie interessant finde und deswegen checkt das auf jeden Fall gerne auch mal ab, Leute. So Leute, beim vierten Thema geht es um einen FIFA 18 Chemistry Style Glitch, der vor kurzem gefunden wurde und der ist einfach nur verdammt interessant, denn ihr wisst ja Leute, dass man bei Chemistry Styles eben bestimmte Werte pushen kann. Zum Beispiel bei Hunter kriegst du irgendwie plus 3 bei Schießen und bei Tempo und bei Basic zum Beispiel kriegst du bei allen sechs Werten plus 1, ja. Und es gibt irgendwie einen Trick, ich weiß selbst nicht genau wie es geht, aber es gibt ihn, dass du jeden Wert um plus 3 pushen kannst und das ist ja eigentlich nicht möglich. Das ist sozusagen ein mega, mega, mega Basic Chemistry Style, also wo alles einfach gepusht wird, so hoch es nur geht und das ist einfach absolut krank. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung wie das genau geht. Die Leute, die es mir geschickt haben auf Instagram, danke auf jeden Fall an euch, die haben auch nicht wirklich gewusst, was da jetzt los ist, was da jetzt Sache ist. Auf jeden Fall war das bei ihnen einfach so. Sie wissen auch nicht irgendwie, ob sie vorher was Besonderes gemacht haben, damit das so passiert ist. Es ist also auch sehr wahrscheinlich, dass das Ganze nur ein Anzeigefehler ist, aber einer meinte dann doch, es ist in-game auch so. Ich weiß nicht, ob es jetzt in-game auch so ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, der kann ja auch einfach nur sagen, yo, in-game waren die dann alle viel schneller. Das ist natürlich jetzt schwer rauszufinden, weil ich halt selber keinen Account habe, wo das so ist. Aber Leute, falls das bei euch auch so ist, dann testet einfach mal, ob die Spieler dann wirklich um einiges besser sind oder nicht. Dann filmt einfach mal zum Beispiel, dass die von der einen Tor-Out-Linie zur anderen Tor-Out-Linie rennen und schaut dann, wer schneller ist, ob der einen normalen Chemistry-Style hat oder eben diesen special, special, super, duper Chemistry-Style, wo auf einmal jeder Wert gepusht ist. Testet das auf jeden Fall mal aus und schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr da auch irgendwie andere Erfahrungen damit gesammelt habt. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Glitch und es ist einfach nur verdammt interessant. Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass das Ganze nur ein Anzeigefehler ist. Und damit sind wir jetzt auch schon beim fünften Thema. Hierbei geht es um den Gläubert. Ja, es gibt zwei Gläubert in FIFA 18. Den jungen und den alten Gläubert. Also der eine spielt ganz normal bei Ajax, der Justin Gläubert. Und der Patrick Gläubert ist eine Icon in FIFA 18. Und da gibt es ein richtig cooles Easter Egg. Und zwar der junge Justin Gläubert. Der hat eigentlich nicht so ein gutes Rating, ist noch eine Silberkarte, weil er auch natürlich noch ein bisschen jünger ist. Und der hat aber eine Halloween-Karte bekommen. Und diese Halloween-Karte bekommt ja zu Vollmond einen Push, also einen Upgrade. Und das ist richtig krass, denn diese Halloween-Karte bekommt einen Upgrade. Und somit ist die dann genau gleich gut wie die Karte von seinem Vater. Das heißt, der Papa und der Sohn haben zu jedem Vollmond dasselbe Rating. Also es geht hierbei um die niedrig geratetste Icon-Karte von Patrick Gläubert. Also der ältere. Und dann eben die Halloween-Karte von Justin Gläubert. Und das ist ein richtig cooles Easter Egg, denn die haben dann wirklich eins zu eins dieselben Werte zu Vollmond. Und das finde ich einfach nur verdammt interessant. Einfach der Vater und der Sohn im selben Spiel mit denselben Werten. Das ist schon echt eine extrem coole Sache, die EA da eingebaut hat. Und damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, Leute. Ihr könnt auch gerne noch die Beschreibung abchecken. Dort könnt ihr euch zum Beispiel günstige PSN- oder Xbox-Karten holen, falls ihr da Bock drauf habt. Da schneide ich natürlich auch ein bisschen mit. Also würdet ihr mich damit auch nochmal ein bisschen unterstützen. Deswegen danke auf jeden Fall auch da für die Leute, die da wirklich immer sich ein bisschen was gönnen. Also einfach nur ein großes Dankeschön. Und ja, dann war es das wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, Leute, ihr habt immer high hopes. Bis zum nächsten Video und ciao.